Sarslads, wir haben gerade getankt. Es funktioniert nicht wirklich an dieser Shell. Oh, ein Kreisel fast verkackt. Ich muss hier Geld abheben. Ich fahre jetzt wieder auf meinen Stammparkplatz. Ich habe leider meine Kreditkarte irgendwo verloren. Jetzt werde ich hier New Card beantragen. So. So, jetzt kann ich die Card hier inserten. Naja, die Tanke funktioniert halt nicht ganz. Ich muss noch ein bisschen Geld wechseln. Ist ja schon witzig genug, dass die Karte überhaupt... Hä? Okay, überhaupt funktioniert. Ich muss noch 10.000 Karten auswählen. Well, ich wollte eigentlich nur Geld wechseln lassen. Well, well, well. Well, what do we have here? Hä? Ist das dieses Item, was ich brauche? Okay, ich habe meine alte Karte sperren lassen. Jetzt habe ich eine neue Karte. Und hier kann ich jetzt... Hier habe ich jetzt Bargeld abgehoben. Äh, ist da noch mehr. Deposit ist, muss ich so viel gar nicht dabei haben. Bisschen Kleingeld. Die 10.000 sollten reichen. Wir gehen jetzt tanken. Wie heißt dieses Item? Ah. Universal Block Remover. Das wollte ich... Universal Donor. Apropos Universal Donor. Wart ihr schon alle beim Blutspenden? Das ist wichtig. Wichtig und wichtig. Wer Blut spendet, hilft. Und rettet vermutlich Leben. Gott, muss spenden nicht. Möchtet ihr das tun, dann meldet euch. Denn gerne, jeder ist Zeit beim Roten Kreuz. Und mein Auto ist gerade irgendwo stehen geblieben. Und ich bin weitergefahren. Alternativ kann man auch Kortmo Geld spenden. Ein Auto ist kaputt. Man kann auch alternativ Kortmo Geld spenden, indem man zu ihm fährt, um zu tanken. Das werden wir jetzt tun. Krieren in der Klub. Teile auf dem Bandsflug. So. Guten Abend. Hier möchte ich tanken, bitte. So, ein bisschen Zapfel-Dusche hier. Oh yeah. Gratis-Fuel. Warte, wo hast du jetzt Gratis-Fuel her? 99% hat er gerade hier aufgetankt. Gratis. Wo? Oh nein, ich habe gerade aus Versehen 10.000 Coins da reingeworfen. Okay, nee. Ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Rückgeld bekommen. Ich habe nur einen Coin da reingeworfen. Ich glaube, du kannst auch immer nur einen reinwerfen. Aber ich glaube, das wäre gar nicht nötig gewesen, weil der hat, bevor ich den Coin reingeworfen habe, hat er bei mir mein Auto auf 99% getankt. Ich habe auf jeden Fall nach dem Tanken eine kleine Spende da gelassen. Für den Nächsten, der da hinkommt. Und das wird immer so weitergehen. Räucher-Tofu und Shia-Za. Unten an der Hauptstraße. So. Hallo, vegan. Willkommen im Alltag. Dass du dich jetzt noch mehr freust. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels come down. We're looking for a reason that I've been new. When the wheels come down. When the wheels come down. Scheiße. Keine Coins. Ähm. Als ob das geht. Wenn du mal, äh, mit deiner Bankkarte ankommen. Ach ne, warte. Äh, mach mal aus deinem. Pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Mach mal aus deiner Bankkarte eine Ender-Card. Äh. Ender-Card. Okay, habe ich gemacht, ja. Na, komm mal zu mir. Boah, ich habe sogar jetzt zwei davon. Zur U-Bahn-Haltestelle Covent Garden. Card is not activated. Die musst du noch aktiviten. Wie aktivite ich die? Ich glaube, es ist nie ein Rechtsklick. Ich habe jetzt, ne, damit habe ich jetzt das Bargeld, was ich habe. Deposit. Also habe ich jetzt quasi Online-Banking. Ja, genau. Online-Banking in einer Karte. Which is very funny. Very convenient. Ja, das ist das, was man früher hatte mit diesen Tann-Generatoren. Wo du die Karte da reingeschoben hast. Das ist alles schon richtig so. Ah, mein Auto bleibt immer random stehen. Deutschland führt 3 zu 2. Krass. Deutschland führt 3 zu 2. Ja. Die gerade nochmal zwei Tore geschossen. Ja. Warum passiert da gerade so viel? Weiß ich nicht. War da bestimmt der Neue. Der hat das richtig gut gemacht. Der Neue hat das richtig gut gemacht. But you know how funny the thing is. Das dürfte nichts ändern. Doch die Irre ist gerettet. Nee. Das dürfte nichts ändern, weil Spanien auf Platz 2 ist und eine Tordifferenz hat, die so unglaublich gut ist, dass Deutschland jetzt, glaube ich, nur 5 Tore schießen müsste. Okay, äh, wo bist du? Ich bin im, äh, Dorf. Moment. Warum? Du sollst... Hä? Wie gesagt, komm hierher. Ich bin auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg. Jetzt... Beheil dich! Entspann dich. 717. Die Zahl habe ich gebraucht. Willst du jetzt ausmessen, äh, ausrechnen, wie viel der pro 100 Liter braucht? Ja. Bin jetzt, ähm, Kilometer gefahren und habe gebraucht, äh, 30 Liter. 30 Liter pro Kilometer. Also... Braucht dieses Ding, äh, 3... 3.000 Liter auf 100 Kilometer. Ich glaube, das Ding hat einen 10 Liter Tank. Kein 100 Liter Tank. Das Ding hat einen 100 Liter Tank. Okay, hättest du nur einen 10 Liter Tank, würde der immer noch 300 Liter... 100 Kilometer brauchen. Ich glaube, das Ding hat einen 1 Liter Tank. Dann bräuchte der immer noch 30 Liter. Das wäre realistisch. Ja, Amikara halt. Ja, von der NASA ist das. Jetzt, warum bist du so weit dahinten? Achso. Meine Reifen hier eiern ein bisschen. Schau, dass du nah kommst. Perfekt. Jetzt, äh, hast du eine Karte? Ich hab die Karte. Willst du jetzt Wiretakt fahren? Mapp die Karte. Not enough coins. Not enough coins. Geht man damit auch Geld abheben? Was soll ich jetzt sagen, man braucht für die scheiß Dinger Bargeld? Hä? Natürlich, wir sind hier in Deutschland. Alter, kann man das in der Config ändern? Ah, PlayerSense. Not enough coins. Ich fahr mal zum ATM-Machine. Hol mal 12 coins. 12 Öcken kostet das. Ja, man muss ja von irgendwas leben. Das sind aber die 100% Inflation, die wir gerade haben. Deutschland hat noch ein Tor geschossen. Hm, geil. Abseits. Aber du musst dem Ganzen recht geben. Das ist ein stabil, spannendes Spiel, wenn da so viele Tore fallen. Nee, wenn der mal Stürmer einsetzt. Die sind nämlich seitdem erst gefallen. Okay, 12 Points nehme ich jetzt mit. Wo kann ich hier? Wie kann ich hier? Oh, der fährt ja wie eine Sau hier. Wie mach ich hier? Eiverbipscht. Mein Handy. Äh, mein Auto. Mein Auto bleibt immer stehen. Ah. Hast du hier geparkt? Ich hab da unten geparkt. Da, wo ich immer parke. Also wie so ein Vollidiot. Arsch, ja. So ein Wichser halt. So. Samstag, Supermarkt, Behindertenparkplatz. Ja, genau, genau. Not enough coins. Er hat mir gerade zwei Coins geklaut und Hä? Ha! Sag mal. Ich geh mal noch mal Geld abheben. Ich guck hier gerade im Crying in the club. He's upon the dance floor. You had a number. Das Stand führt 4 zu 2. Store ist doch am zählen. Und ich sehe in der Config hier nichts, wo das drinsteht, ob man das ändern kann. Du hast dir übrigens keine Coins eingeworfen. Ähm. 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 Was? Ähm. Ähm. Wo sind die Autos? Ähm. Ähm. Ah. Samma! Ähm. Wiedersehen. Ähm. Mixer. Was sollte der Scheiß denn jetzt? Ab zum ATM Machine. Musst er mal noch ein paar von den Dingern aufbauen. Dann nimm mal einen Mist. Hier ist nämlich wieder Shady. So ein schöner Platz hinten bei den Mülleimern. Fast super noch ein ATM hin. Und es fühlt sich wie mit 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 100.000 Invalid Input. Hol dir doch nicht äh doch da ist sogar egal da kannst du 1000 nehmen. Nimm mal die Karte nicht mit weil wenn du glaube ich die Coin nur sackt die Karte dir alles davon auf. Invalid Input. 10 Minuten Nachspielzeit. Leck mich an. Was äh 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 äh. Warum kannst du mir mal ja also ja ja ich würde mal sorgen äh ich würde mal sagen dass ähm die Mod verbuggt ist dass gerade mein Konto einmal leer gepflegt wurde. vermutlich vermutlich ähm weil weil ich ja meine Kreditkarte irgendwo liegen lassen hab. Ich glaub die hat jemand gefunden. Also ich hab jetzt leider noch 10 Coins im Inventar und das war's dann. Ah jetzt ist mein Balance wieder da. 2 Millionen sind wieder da. Okay ich hebe jetzt hier ab. 20.000 So es war nur ein Fehler bei der Bank. Casual Es ist ein Fehler unterlaufen. Sie haben eine 2 Millionen Unterlaufen. Das tut uns leid. Something went wrong. So wie Microsoft das immer sagt. Ups mein System crashed. Ich habe einfach verloren. lost my Coins I just died in your armpits tonight. Entschuldigung. Bewegt dein Samba! Das ist kein Hockt eigentlich. Geh durch. Du hast aber nur eine Sekunde Zeit da durch du laufst. Du hast drei Sekunden Zeit. Du hast zwei Sekunden Zeit. Da hast du unendlich Zeit. Schmeiß noch was rein. Du hast nichts. Ah, guck du ist zur Zeit ohne Ende da kann sogar noch einer durch gehen. Nur hier schmeiß mal Geld ein wir gehen da gemeinsam durch. Den Englischen machen. Okay ist der Wo ist mein Auto? Dein was? Dein Buggy steht da hinten in der Treppe wo du den abgestellt hast. In der Treppe Ja Ah Jetzt ist er unten. Im Showroom hier ist der Rolls Royce Händler. Der Rolls Royce Machine ist hier der Händler Händler Pauschale. Oh ich muss tanken muss tanken Reserve Leuchte geht gerade an. Noch 35 Prozent so viel bin ich heute schon rumgefahren. Das ist schon witzig. Was ist kann ich mehr sprinten? Ich kann nicht mehr sprinten. Ich muss einmal jetzt zur Jet fahren. Ah na Shell ist das oder? Das ist ein Shell Das ist ein Shell Dann fahren wir zur Shell Tja wo ist ja welche Tatsopfsäule darf hier fahren Die ist out of order Na komm wir da nah die tankt ja gar nicht gehen wir zu der hier ist meine Stamm meine Stamm Säule wo bist du du stehst gar jetzt bist Alter ist lecture dein buggy ist im übrigen gerade auch nicht da ist der hier ne der steht bei mir nicht ich glaube wir sollten den Server mal neu starten ich glaube das ist so für einiges dieser Problemchen hier verantwortlich nein das ist nicht meinem E-System schuld was hast du mit dein ähm dein redstone signal dein redstone ähm dingens hier ist out of order Digga du hast die tanke doch jetzt eh schon zweimal kaputt gemacht der zeigt dir aber keinen priest mehr an das ist normal nein das ist nicht normal doch noch der liter preis dann war es ja gar nicht der preis warte mal ich komme vorbei und schauen mit das on ich hab kein Sprit mehr am tank und jetzt kann ich das lang 1,70 ja spinnst du wir haben übrigens keinen Strom mehr die fuel loader hier das französische stromnetz wird rationiert tagsüber hä ich schwör was ist hier alles die fucking energy cell ist voll ah mein tank ist auch voll gute nacht du hast dich mein moon buggy hier wir starten gleich den server neu und mit gleich mal nicht jetzt denn diese folge ist nun vorbei auf wieder sehen wieder sehen